Herzlich Willkommen zurück, weiter geht's bei Let's Play Sniper Ghost Warrior, der Showdown. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Mission ist oder so, das Ganze ist ja ein Blanked Let's Play, wie vielleicht der ein oder andere mitgekriegt hat. Und ja, deshalb weiß ich jetzt nicht, ist das die letzte Mission, ist das nicht die letzte Mission, geht das Spiel noch 5 Stunden oder ist es eine halbe Stunde vorbei. Ich habe keine Ahnung, ich versuche jetzt einfach mal hier weiter durchzuschleichen und möglichst unentdeckt bleiben. Deswegen ist ja bis jetzt gut gelungen, auch wenn ich in der letzten Folge da oben ein kleines Missgeschick hatte, ich hätte einfach vorbeischleichen können und ich habe wie so eine Rambo einfach draufgemetzelt, was natürlich nichts gebracht hat, da die ja gnadenlosen Überzahl waren und da vorne steht einer. Äh, der dürfte eigentlich keine Bedrohung sein. Ja, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, ob da jetzt natürlich noch jemand rumlaufen tut, dann habe ich vielleicht ein kleines Problem. Äh, steht da nur so rum. Ich lasse den erstmal in Ruhe und versuche mich mal irgendwie so vorbeizuschleichen. Okay, was habe ich gesagt? Ich lasse den in Ruhe? Ne, mache ich natürlich nicht so. Es stört mich einfach, wenn überall Gegner sind, die mich entdecken könnten. Gut, das ist wieder mal die langweilige Rumlauf-Taktik, das heißt, er ist alleine. Hat er bis jetzt immer funktioniert. Ich muss mal nachladen, drei Schüsse sind nicht mehr allzu viel. Oh. Ja, ja. Der ist alleine. So viel dazu. Ich hoffe, das hat keiner mitgekriegt. Warum haben die nichts mitgekriegt, wo ich den abgeschossen habe? Ich weiß es nicht. Ist mir auch recht so. So, was hat er wieder? Eine MD-97. Ja, wie alle Gegner. Gut, die hätte ich aber sowieso ausschalten müssen. Also da wäre ich so nicht vorbeigekommen. Zumal das Auto da ja auch noch das Licht an ist. Und das hätte ich auch nochmal verraten, glaube ich. Äh, von daher wären wir einer Konfrontation nicht aus dem Weg gekommen. Da unten ist einer. Den habe ich im Augenwinkel gesehen. Gut, irgendwo hier so. Das Licht blendet jetzt. Nein, da unten ist jeder. Oh. Scheiße, da ist noch einer. Gut, okay, da warte ich mal. Sind das auch wirklich nur zwei Stück? Dann sind sie kein Problem. Versuche gerade mal ein paar Feinde zu erschwehen. Gelingt mir aber nicht. So, ich weiß, dass das die zwei hier irgendwo rumstehen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Gut, da unten ist einer. Der pinkelt. Sah zumindest so aus. Da vorne ist auch noch einer. Ja, das ist super. Wie sieht es auf dem Turm aus? Sieht sauber aus? Der läuft wieder langweilig rum. Dürfte bedeuten, dass er alleine ist. Wir quatschen irgendwo noch welche. Da oben. So, die da dürften keine Gefahr für mich sein. Da muss ich ja nicht hin. Also dürfen die auch weiterleben. Aber ich muss da hoch. Und da quatschen welche. Was so viel bedeutet, dass da auch wieder welche sind. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta 3. Ich bin fast da. Ja, ja. Halten Sie durch. Ich cleare hier mal alles, würde ich sagen. Da oben ist einer. Da stehen zwei. Oh, der ist misstrauisch geworden. Das ist jetzt weniger gut. Ich hoffe, der da oben kommt jetzt nicht raus. Ich hoffe, der hat tatsächlich was gesehen. Ich hoffe, der hat tatsächlich was gesehen. Oh Gott. Ich hoffe, der da oben kommt. Sorry, wenn ich jetzt immer wieder neue Lade hier. Aber ich dachte, das wäre jetzt alles sauber hier. Achso, hier geht es halt weiter. Okay. Wie die auch immer alles mitkriegen. Wahrscheinlich durch das Bing-Geräusch. Ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich versuche, mich einfach mal vorbeizuschleichen. Das sind mehr als zwei. Ich versuche, der da hinten rum. Hier ist ein Stein. Ich fasse es ja nicht. Ja, der richtige Weg fällt mir auch erst viel schwerer ein. Da ist einer. Irgendwo jedenfalls. Da ist die Lagerhalle. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Ne, hier ist doch keiner. Ich dachte. Geht's herein, ey. Doch, da ist einer. Oh, ist das spannend jetzt. Aber richtig. Okay, da steht noch einer. Wir müssen den... Irgendwie an dem vorbeikommen oder den ausschalten. Ich weiß nicht, ob der alleine ist. Ah, Kacke, wer hat mich jetzt gesehen? Oh, da ist ein Geheimnis. Geheimnisse für den Arsch. Ist da einer vielleicht? Ne. Also, hier dürfte mich eigentlich keiner sehen. Ist gar nicht mal so einfach hier. Also, wer hier beim ersten Rutsch durchkommt, Respekt. Ich bin da ein bisschen zu doof dafür. Wells, es ist mir wie immer eine Freude, Sie wiederzusehen. Also gut, Männer. Dann bereiten wir Ihnen mal eine unvergessliche Überraschung. Es geht los. Moment. Headset leiser machen. Und auf in die Action. Warum habe ich mich hier durchgeschlichen, bitte? Hättet ihr nicht einfach früher rauskommen können? Und warum zum Teufel habe ich eine M4? Wo seid ihr? Zack, der ist auch noch tot. Wir müssen auf jeden Fall erstmal dahinter. Wie bitte? Was? Wo muss ich denn lang? Ja. Oh! Oh, nachladen. Scheiße. Okay, dann. Auf in die Action, Mann. Jetzt können wir wieder wie Rambo rummetzeln. Ich gebe euch Deckung, Mann. Keine Angst. Ihr müsst mir aber auch Deckung geben, ja. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin ja nicht der Terminator hier oder so ein Scheiß, ne? Ach so, ich muss gehen. Das war's. Ich knimme meine Spritze rein. Dann nehme ich hier nochmal was. Okay, und dann geht's weiter. Ah! Ja, Mann. Ich kenne keine Gnade. Aber hier auch nicht. Ah! Ich gehe hier gleich drauf. Eine Granate! Ach, du Scheiße! Hatte ich ja auch schon lang nicht mehr. Ne, ne, stopp hier. Ich mache neue Hände. Nein. Ach so. Das war mein Schnellspeicherstand. Okay. Hey, lass mir vorbei. Ich fasse es nicht. Ich hasse Granaten. Das explodiert gar nicht. Okay. Zack, der ist auch erledigt. Nochmal eine Spritze rein. Schnell speichern. Ach, du Scheiße! Nein, 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 nein. Ah, Freund. Das ist wie bei Silvester hier. Boah, ey. Ey, das ist so laut. Also würde ich das nicht runterschrauben beim Rendern, dann würdet ihr mich überhaupt nicht mehr hören. Alles sauber. Wir rücken vor. Einlassig vor. Geben die Unsteckung. Ich habe auch Granaten, mein Freund. Okay, die auch. Geben die Unsteckung. Geben die Unsteckung. Wiederhole. Geben sie uns Neckung. Okay, ich weiß nicht, wie man weiß, das ist X4. Das ist so cool. Scheiße, ich blicke hier überhaupt nicht durch. Hallo? Was wird dem los? Verdammt! Hauen Sie da ab! Ach du Scheiße, habt ihr immer gesehen, wie viele da jetzt kommen? Warum stirbt denn der nicht? Komm schon! Geht rauf! Es gibt es nicht. Los, los, los! Räse es nicht vor, kommen! Räse es nicht vor, kommen! Geht um bitte! Los, los, los! Okay, den haben wir. Wir laufen da unten lang. Irgendwo schießt noch was. Ich sehe nichts. Weiß es nicht wahr, geben sie uns Deckung, während wir eine Erzgrube sicherstellen. Lassen Sie sie nicht zu nahe an uns ran! Ja! Bitteschön! Wir haben die Substanz, nach der sie hier graben. Seit Blech 235 identifiziert. Erwarfen Genehmigung, die Anlage zu zerstören. Wiederhole! Erwarfen Genehmigung, die Anlage zu zerstören. So war! Meine Fresse, ey! Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel sprechen kann, aber werdet ihr jetzt wahrscheinlich verstehen, dass ich mich ein bisschen konzentrieren muss hier. Warum schießt der auf mich? Ich weiß es nicht. Ja, weil da einer ist. Okay, zack, tot. Fällt mir jetzt irgendwie verdammt schwer, irgendwas sinnvolles zu quatschen. So, okay. Das haben wir ja erledigt. Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder jemand anders. Findet die Sprengladungen. Ach du, gar keiner. Da oben ist wieder einer. Zack. Wir sind die Besten, Mann. Wir sind die Besten. Zack, den machen wir auch noch kaputt. Oh Gott, Leute, knallt ihn ab hier. Er könnte auch gar nichts. Ich sollte hier euer Boss sein. Komm, Razor 6-4, geben Sie uns Steckung, wiederhole, geben Sie uns Steckung. Ja, ja. Razor 6-4, schnell, geben Sie uns Steckung. Oh Gott. Geben Sie uns Steckung, wiederhole, geben Sie uns Steckung. Was? Was? Da! Oh, 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 oh. Ich bin hier halb am abnüppeln. Oh, lad doch mal nach. Bitteschön, mein Freund. Komm, Razor 6-4, geben Sie uns Steckung. Wiederhole, geben Sie uns Steckung. Ja, dann mach das doch mal. Ich bin nicht Razor 6-4. Warum ist der nicht tot? Warum bin ich tot? Scheiße. Der Showdown. Der dauert ziemlich lange. Oh. Warum lassen Sie die hier so früh durchbrechen? Ich denke, ihr seid ausgebildete Soldaten hier. Dann hier heißt es flankieren, nicht erwischen lassen, fertig. Oh, komm, das geht ja jetzt so auf den Piss. Das knallt den ab. Irgendwie gehen die ganzen Schüsse einen ziemlich auf den Sack. Und der kann da einfach so lang marschieren, oder was? So eine Scheiße. Du Pisser. Mein Gott, was ist das jetzt? Ich hab die Schnauze voll. Na los, Bewegung! Los, los! Noch 10 Schuss, ich muss mal schnell nachladen. Kommt jetzt hier gefälligst mit, oder ich schieße auf das Fass, da bist du weg. Bin ich eh besser dran. Wir haben den Sprengstoff. Wiederhole. Wir haben den Sprengstoff. Wir bringen die Ladungen jetzt an. Razor 6-4, geben Sie uns Deckung. Ja, 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 ja. Rückendeckung für Delta 3 Teil 2. Okay. Kommt mal her, ja. Da, da, kommt auch was. Das ist Ragunov, was will ich damit? Da kommt noch mehr, ich schalte sie aus. Wir haben die Kontakt. Okay, okay, okay. Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung. Sie haben den Bagger erreicht. Schreifen Sie sie aus, Razor 6-4. Razor 6-4, wir haben feindliche Aktivität. In östlicher Richtung. Ästliche Richtung. Wenn ich jetzt wüsste, wo östlich ist, mein guter. Scheiße, wir werden angegriffen. Brauchen Unterstützung. Wir stehen unter schweren Begriffen. Brauchen Unterstützung. Wiederholen. Wir brauchen Unterstützung. Ja. Oh, das Geräusch, ey. Ich will nie in den Krieg, Alter. Da wirst du bekloppt. Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung. Sie haben den Bagger erreicht. Schreifen Sie sie aus, Razor 6-4. Was für ein Bagger. Razor 6-4. Wir haben feindliche Aktivität. In östlicher Richtung. Greifen Sie an. Wiederholen. Greifen Sie an. Ey, jetzt sind schon alle tot. Springladung ist bereit. Los, verziehen wir uns. Na los, Bewegung. Die Treppe hoch. Los. Ja, ja. Dann macht ihr mal hier. Ich gebe euch Deckung. Oh Gott, ey. Ja, Mann. Wie cool. Hä, hä, hä. 34 Minuten, also sagen wir mal 35 Minuten für den Showdown. Und 80 Kills knapp. 23 Kopfschüsse. Genauigkeit 25%. Ja, besser als 0%. Neues Geheimnis gefunden. Der Jäger und seine Beute. Die Störung der Mine hat das Regime geschwächt. Nun ist es an der Zeit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Razor 6-4 wird die Sache zu Ende bringen und General... Es ist so weit, Razor 6-4. Sie müssen sich durch die Ruinen vorarbeiten, ihre Position erreichen und die Zielperson eliminieren. Sie dürfen nicht entdeckt werden, sonst entkommt er. Wenn sie auffliegen, ist die Mission gescheitert. Rücke vor. Okay, das scheint jetzt die letzte Mission zu sein oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt, Planet Display, ich habe keine Ahnung davon. Ich dachte jetzt, der Showdown war schon die letzte Mission. Scheint es aber nicht zu sein. Vielleicht ist es das jetzt und ob das die letzte Mission ist, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann, Leute. 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 Vielen Dank.